Ja, mo mo Leute, euer Seru hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon SoulSilver, die Random-Naslog-Variante. Und heute werden wir einen Elektro-Pokémon-Arena-Leiter töten. Ja, na gut, wir werden ihn nicht töten, wir werden seine Kompane töten, sodass er auf ewig keine Pokémon mehr hat. Das ist heute mein Ziel. Ich hoffe, ihr werdet damit einverstanden sein, aber erstmal töten wir erstmal die Kompasen. Um dann die Müll-Eimer zu durchwühlen. Das ist ja nicht voll so ein dämlicher Arena-Leiter, ne? Das stellt irgendwelche Mülltonnen hin. Oh, ich kann gegen beide auf einmal dran drücken. Das stellt irgendwelche Mülltonnen hin, damit ich alle Mülltonnen durchwühlen soll nach Hebeln. Weißt du, es sind Äpfelreste drin oder so ein Kack. Mann, Mann, Mann. Oh. Blitzer und Elektro-Ball. Wen habe ich da? Maron und Sargen-Knopf. Ich glaube Elektro. Elektro war nicht so gut gegen Eis, glaube ich, ne? Wir machen Schaufler. Äh, Elektro-Ball muss dringend weg. Ja, rechte Hand und ich... Jedes Mal, wenn ich auf den Aufnahmeknopf drücke, dann... ...muss ich niesen. Keine Ahnung. Also gestern schon. So. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen einmal Blizzard und dann sind sie weg. So sieht's aus. Es sei denn, Elektro-Ball gilt auch Teil als Stahl. Also Elektro-Ball würde ich als Stahl irgendwie erkennen, aber anscheinend ist er das nicht. Voll drauf. Boom. Blitzer, auch tot. Evoli-Entwicklung gegen Evoli-Entwicklung und Evoli-Entwicklung gewinnt. Gott, war das schwer. So. Wir kriegen ein bisschen Erfahrung. Ja. Der eine kribbt sich ein. Wunderschön. Voltoball und... Willst du mir sagen, dass der eine nur Blitzer hatte? Nein, okay. Ich wollte schon sagen. Ich glaube, der eine hat nur Elektro-Balls, oder? Na gut, Schockwelle ist in Ordnung. Gar kein Problem. Glaube ich. Ich glaube, Eis ist recht resistent gegen Elektro, was auch Sinn ergibt. Ja. Ja, ja, ja. Na gut, normaler Schaden, aber... Theoretisch leitet Eis nicht. Theoretisch. Ist ja fest. Ist ja nicht flüssig. Egal. So. Das heißt, unser Maron hat sich in der letzten Runde eingegraben, nur um jetzt, währenddessen die Pokémon da sind, wieder sich auszugraben. Bin ich recht? Komm, Maron. Tu's einfach. Tu's. Ich weiß, dass du's willst. Haha. Scheiße, aber kein Ziel. Er hat einfach vier Pokémon verpasst. Maron hat vier Pokémon verpasst. Ja. Ach, noch ein Nektro-Ball. Das ist... Wow. Wäre ich jetzt nicht erwartet. So. Magnetil ist aber irgendwo ein bisschen... Ähm... Nö. Ähm. Stahl, glaube ich. Das ist gar kein Problem. Der Typ hat ein bisschen Verteidigung. Und kann ab. Aber jetzt treffen wir plötzlich Blizzard immer, ne? Beim letzten Arena war das nicht so. Da haben wir überhaupt gar nicht getroffen. So, Magnetilo. Bist du jetzt Stahl oder nicht Stahl? Das ist Tidio. Wow. Ist egal. Er ist auf jeden Fall Stahl. Hat aber extrem wenig Leben. Das Ding ist runtergegangen wie sonst was. Alter Schwede. Wollte schon sagen wie die Titanic, aber... Ich glaube Magnetilo ist nicht so groß wie die Titanic, oder? Haha. So. Oh, wie schockierend. Tch. Das hab ich echt nicht erwartet. So. Müll einfach durchwühlen. Yeah. Müll. 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 Ich hab einen Schalter. Müll. Ich hasse diese Arena, ne? Ich hasse sie so sehr. Damals, als ich die blaue und rote gespielt habe, ich hab mich so gefreut, wenn ich diese Arena hinter mir hatte. Das ist... Ich glaub jedem ging's so. Ich glaub jeder war froh, wenn er dieses Rezilliert gelöst hat. Ah. Schalter. Yeah. Der erste. Der andere ist aber noch aktiv, ne? Eigentlich kann ich jetzt schon durchlaufen. Näh. Seht so aus, als wär das oben gewesen. Hä? Ja. Zero ist der Beste. Oh, ich bin froh. Das Ding ist durch. Das hätte hier Stunden dauern können, Freunde. Das hätte Stunden dauern können. So. Major Pay Recruit. Du forderst mich zum Kampf heraus. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Elektro-Pokémon sind unschlagbar. Die Besten der Besten. Sie haben das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Nun werden ihre Elektro-Attacken auch dich grillen. Genau, wie sie es mit den Soldaten des Feindes taten. Ist ein bisschen grausam, oder? Pokémon gegen Menschen einzusetzen. Ich dachte, das widerstrebt deren Humanität. Nach fünf Pokémon hast du jetzt plötzlich. Gut, Reischu ist jetzt kein Wunder. Aber ich buddel mich einfach rein, Alter. Hier kannst du doppelt hier machen, wie du willst. Ich buddel mich trotzdem rein. Das kann nämlich nicht verfehlen. Ich sei denn, ich komm raus. Dann kann es verfehlen. Aber momentan bin ich noch sicher. So, mach Donner. Mach deinen Donner. Komm. Mach Donner. Wenn ich jetzt nicht treffe, ne? Dann bin ich traurig. Dann bin ich richtig traurig. Yeah. Leide. Leide, wie die Soldaten gelitten haben. Och, Mann. Och. Mann. Na komm. Diese eine Reischu muss aber noch platt machen. Es sei denn, du stirbst jetzt. Was nicht allzu traurig wäre. Ich bin gemein. Ich weiß. Also, ich würd nicht leiden. Ich würd denken, ja cool. Machen wir uns weg. Nein, so natürlich nicht. Ich hätte Ruhrout einsetzen sollen, oder? Ja, ich muss das Pokémon tauschen. Komm, wir tauschen. Es sei denn, Schaufler tötet mich jetzt. Wir graben uns jetzt nämlich ein. Wenn wir gleich als erstes dran sind. Was natürlich nicht der Fall ist, weil er zweimal Doppelteam eingesetzt hat. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Komm, wir setzen Ron ist rein. Definitiv. Oder Regi. Komm, Regi. Dir kann er nix. Du musst auch Elektro. Tja, Schockwelle bringt auch nichts an mein Auge. Ich hab da irgendwas ins Auge gekriegt. War grad kurz in der Stadt, mir ein neues Case holen für mein Handy. Weil mein altes Handy Case... ...verschwunden ist. Eigentlich hab ich's voll gesaut mit... ...Karamell. Und es ist vorher noch kaputt gegangen. Aber es ist verschwunden. Oh, ich hab Ladungsschluss angesetzt. Kurz nicht aufgepasst. Wo ist mein Handy Case denn? Da war eigentlich noch mein... Naja, egal. Jubilienkraft, komm. Funke ihn an, Regi. Du weißt, der kann nicht widerstehen. Komm, komm. Yeah. Aber ich glaub, Gesteine-Tacken waren wirklich nicht gut gegen Elektro, ne? Ich hab immer gedacht, Stein ist gut gegen Elektro. Weil Elektro scheiße ist gegen Stein. Offensichtlich nicht. Naja. Elektroball... Ja. Elektroball. Der könnte ja einfach mal explodieren, der Kollege. So, wo sitzt ein Knubli ein? Der macht das schon, ne? Der macht das schon. Und der Knubli, der, der fetzt alles weg. Da, wo er hinschlägt, Freunde, da wächst kein Gras mehr. Auch wenn er, wenn er mit einer Grasattacke zuschlägt. Das irgendwo ein bisschen ironisch ist. Joa. Das ist die Juckling gekommen. Kreideschrei. 47? Freundchen. Ich muss auch ein bisschen mehr auspacken als 47. Kazam! Er wird überleben. Er war ja klar. Top Genesung. Also. Für alle, die es nicht wussten. Wenn eine Attacke euch bis zu 10 HP abzieht. Also wenn ihr noch 10 HP habt. Dann bringt euch Top Genesung auch einen Scheiß. Weil. Danach wird es genauso aussehen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin doch ein starkes Pokémon. Nein. Okay. Okay. Deswegen. Deswegen habe ich so Angst vor Elektroball. Genau deswegen habe ich Angst vor Elektroball. Nur wegen dem Scheiß. Jetzt weiß ich nicht mal, was mit Pokémon er einsetzt. Bitte mach nicht ein Finale. Bitte mach nicht ein Finale. Wieso hast du zwei davon? Er ist ja klar Handgranaten. Der Typ wirft keine Granaten. Der wirft seinen Elektroball auf den Menschen. Wie krass ist denn das? Oh, jetzt brennt er. Yeah, baby. Wieso bin ich paralysiert? Feuerschlag! Okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich kann damit leben. Ein Wunder, dass er nicht Finale einsetzt. Weil seine Elektro-Tacken bringen eigentlich nichts. Komm, bitte. Nicht paralysiert sein Regi. Danke. Und jetzt brenn einfach weg. Brenn einfach weg. Bitte. Nein. Er wird Finale einsetzen. Okay. 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 Ich verliere lieber ein Pokémon, das weniger kann, als ein Pokémon, das mehr kann. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, er sitzt Finale ein. Tut mir leid, Maron. Du hast dich aber geopfert. Ich habe nicht erwartet, dass das hier passieren wird. Aber es ist passiert. Aber wir haben noch ein paar Pokémon vor uns. Scheiße. Okay, komm. Saschen, Knopp. Du bist noch nicht paralysiert und du hast auch keine Schwäche zu Elektro. Elektek. 53. Blizzard, komm. Ah, jetzt sind zwei Pokémon gestorben. Das ist so. Und dann wird er die Attacke ab. Fußkick. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh. 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 Was kannst du ertrunken? Komm, wir scheiß drauf. Wir müssen Erdklumpen einsetzen. Wir müssen unsere Geheimwaffe einsetzen. Und wenn er stirbt, dann ist das halt so. Ich kann die anderen Pokémon nicht einsetzen, weil sie halt paralysiert sind. Spiegelsalve. Na ja, das kannst du ab, mein Freund, ne? Das wird dir einen Scheiß bringen, Kollege. Das macht dich kaputt. Ach, Lichtschild hat er die ganze Zeit. Stimmt, ja. Ich muss den Magneton kaputt machen. Dann wird mein Team töten. Vor allem Elektrek wird mein Team töten. Jetzt triff. Danke. Jetzt töte ihn. Bitte. Einfach bitte. Danke. Elektrek. Könnte wehtun. Holisten kann ich auch nicht einsetzen, ey. Holisten ist schnell. Ich muss Holisten einsetzen. Ich weiß, das ist... Ich muss wahnsinnig sein, dass ich das hier jetzt tue. Aber Holisten ist schnell. Holisten ist richtig schnell. Und wenn er eine Attacke überlebt... Und Elektrek ist alles gut. Du glaubst, ich bin am Ende? Ich hab noch gar nicht angefangen. Das ist dein letztes Pokémon, Kollege. Psyban? Damit könnte ich meine Paralyse weitergeben, ne? Okay, ich bin nicht schnell genug. Scheiße, Mann. Oder Penner keinen Fuß tritt. Okay, eine Attacke werde ich auf jeden Fall noch überstehen. Dann muss ich wechseln. Komm schon, bitte die Hälfte. Okay. Speziellfahrer bringt dir aber einen Scheißdreck, wenn ich das hier mache. Ja, es ging daneben. Flieg! 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 Dieses Scheiß-Finale, ne? Dieses Scheiß-Finale! Es hat einfach alles ruiniert. Ruckzuck-Heep. Nein, Dude! Nein! Er wird ruckzuckig Bein setzen. Ich tue mir leid. Erd-Klumpen. Wäre die Regie nicht paralysiert, wäre das perfekt gewesen, aber... So nicht. Ich hoffe, du überstehst eine. Du musst nur eine überstehen. Eine Schockwelle. Ich überstehe diese Schockwelle und ich schwöre es dir, wir haben gewonnen. Wir haben so gewonnen. Es ist gut. Wir haben so gewonnen. Oh. Die Es sequ páin war raus. Aber das ist Identity. Und ich darum mach. Du bist ein... Du kannst könnte dich winken. Ich kann Regi nicht einsetzen, wenn sie paralysiert ist, ist sie auch tot. Aber der hat auch kein Blizzard mehr. Ich muss Regi einsetzen. Ich muss einen Pokédexer machen, als es viel früher machen soll. Ähm... Elektrik... Diese scheiß Finale! Dreht durch! Seien sie was Gutes ist Boden! Elektro ist scheiße, Flug ist scheiße, Stahl ist scheiße. Der Rest geht. Feuerschlag bringt mir, glaube ich, eher weniger. Der hat einen Angriff von 95, Spezialangriff von 143. Wählenkraft mit 70 ist scheiße. Ampereleuchte mit 75 ist das Beste, was wir machen können. Weil Ladungsstoß bringt mir auch einen Scheiß. Ähm... Ampelleuchte ist, tut mir leid Regi, Ampelleuchte. Regi hat mich schon zusammengeschissen, dass es Ampelleuchte heißt. Und er erhöht natürlich seine Spezialverteidigung. Und ich bin paralysiert. Zeck ihn weg. Regi, zeck ihn... Das auch noch! Okay Regi, du bist tot. Tut mir leid, du bist rot. Ganze Team futsch. Er ist verwirrt! Okay, okay. Wenn das hinhaut. Wenn er sich jetzt selber schlägt. Wenn er sich jetzt selber schlägt. Komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Hau zu mir. Das ist in Ordnung. Das ist komplett in Ordnung. Damit hab ich gar kein Problem. So. Sehr gut, Spezialangriff. Gute Verteidigung. Sehr schlechte Spezialverteidigung. Wie ist das? Wir haben Eisspilter. Das ist nicht so gut. Das ist Eiszahn, oder? Du musst einen Eiszahn einsetzen. Aber du hast... Du hast ganz schlechten Angriff, ne? Okay. Ich hab auch kein Blizzard mehr. Das ist so... Das ist tragisch! Schnack dich selber. Komm, bitte! Ja! Frier ein! Komm! Frier ein! Ich schwör's dir! Ich fei... Oh, haha... Wuhu! Wuhuu! Wuhuu! Alter, Schwede! Oh, haha... Meine 10.000 Volt starken Tricks waren wirkungslos. Wirkungslos nicht! Nein! Major Pop! Oh nein, du bist sehr stark! Na, gut! Du wicht! Hiermit vielleicht dir den Donnerhorden... Ach! Wir haben die starken Pokémon in unserem Team verloren, ne? Ab wenigstens habe ich mein Flug-Pokémon noch. Den Donor-Orden bekommt nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn also mit Stolz. So, weiter geht's mit den Geschenken. Dies wunderbare Maschine soll von nun an dir gehören, Rekrut. TM-34 erhalten. Äh, diese TM enthält Schockwelle. Damit fängst du deine Gegner Blitz... Äh, Blitzbratz? Ne, Pritzbratz. Was ist denn Pritzbratz? Sorry, ich habe mein Mikrofon geschlagen. Blitzbratz. Blitzbratz. Das Wort existiert nicht. Vicky. Idiot. Das Wort existiert nicht, Dude. Was laberst du für einen Scheiß? Du bringst keine irgendwelche Wörter bei. Pritzbratz. Lass es krachen und bahne dir damit den Weg durch die gegnerische Horde. Keine Ahnung, was da stand. Nödlich von hier gibt es übrigens eine große Stadt namens Saffronia City. Ja, danke, da war ich schon. War tatsächlich leichter als du. Okay. Wollen wir neue Pokémon fangen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe gesehen, dass es da neue Namen gab bei mir. Ich muss einmal ganz kurz nachgucken. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch Zusatz. Das müsste ich einmal kurz gucken. Meldet euch ja gerne doppelt, deswegen muss ich das gucken. Okay, das ist in Ordnung. Äh, gucken wir mal nach dem Namen. So. Das ist auch in Ordnung. Gut, wir haben zwei neue Namen, die ich mit eintragen werde in die Liste. One Drive. Alter, One Drive. So, Dokumente, die Liste. Damit kommen wir wieder auf 27 Namen. Da. So. Ich werde schon mal einen Namen raussuchen. Wir werden gleich losziehen und drei Pokémon fangen. Und, äh, jo, das klingt auf jeden Fall gut. Heilen muss ich eigentlich meine Pokémon noch nicht. Okay, damit würde ich sagen. Äh, wo haben wir es denn? Wo ist mein Totentanz? Ja, die Datei, wo die Namen, äh, stehen, heißt bei mir Totentanz. Damit haben wir schon mal 57 tote Pokémon. Da drunter ist... Nicht ganz unerwartet. Warum? Dann haben wir 58. Es tut mir leid, Erdkumpen. Du warst der Bringer bei den Top 4. Ich hab gedacht, du wirst es bringen. Es war höhenlustig, dich einzusetzen gegen Elektro-Team, aber... ...wohl die einzig gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Und... Oh, Knobli. Warum musstest du sterben? Hat er dich so lieb? Naja. Zwei unserer starken Pokémon haben wir auf jeden Fall noch behalten. Der dritte ist zum Fliegen da. Es ist so traurig. Na gut, fangen wir uns neue Pokémon. Ja, ich habe sehr schnell realisiert, dass wir kein gutes Team gegen Elektro hatten. Aber egal. Nauron war ganz gut gegen Elektro mit seinem Schaufler, aber ihr habt gesehen, er war paralysiert und dadurch eigentlich komplett zu nichts gut. Naja. Unser erstes Pokémon im Team wird sein. Ich glaube, ich habe noch da was aktiv. Ja. Das Noctur war noch aktiv. So viel zu Noctur. Kommen wir jetzt zum richtigen Pokémon. Knobhenzer, ein Pflanzen-Pokémon. Ja, wieso nicht? Das ist gar nicht so schlecht. Hatte ich sehr oft in meinem Team, weil es auch eins der Pokémon war, die man am Anfang sehr, sehr schnell fängt. Und Safari-Ball kriegst du. Ihr seht schon, es ist noch nicht vorbei mit den toten Pokémon. Mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie wir beim nächsten Pokémon-Spiel abschneiden werden, weil da wird es noch härter. Wir werden es noch härter gestalten, Freunde. Ihr denkt, das hier ist schon die absolute Härte. Nein, im nächsten Pokémon-Spiel wird es noch härter. So. Es bohrt seine Füße tief in die Erde, um Wasser aufzunehmen. Dann kann es nicht vom Feinden fliehen. Ist eine Blume. Ich hätte eher gedacht, dass das Unkraut ist, aber ist anscheinend eine Blume. Okay. Insofern, da geben wir natürlich einen Spitznamen und der heißt, ganz klein geschrieben, ein N und ein großes Rax. Herzlich Willkommen im Team N-Rax. Ich hoffe, du wirst es bringen. Ich glaube, für dich brauchen wir auch noch einen, äh, einen, 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 einen. Fällt mir gerade nicht ein. Einen Pflanzenstein? Heißt das Pflanzenstein? Keine Ahnung, Sonnenstein? Nein, Pflanzenstein. Ihr wisst, was ich meine. So, erstmal N-Rax aus der Liste löschen. Löschen. So, habe ich hier noch welche drin, die noch gelöscht werden müssen. Der Jäger. Hatten wir nicht den Jäger schon? Ich glaube, der Jäger ist gestorben. Ich werde nochmal nachgucken. So. Als nächstes haben wir... Uh, das ist ein passender Name. Brauchen wir uns das passende Pokémon. Komm schon, legendär. Jetzt brauchen wir noch nicht viel, die wieder ein legendäres Pokémon. So schwer sind die doch gar nicht. Ich bin sehr froh, dass wir schon durch sind mit, ähm, Major Bob. Du kriegst... Du kriegst einen Jubelball. Weil wir uns alle freuen, dass es ein Taupsi ist. Wuhu! Taupsi. Taupsi. Okay. Wir haben zweifelnd Pokémon. So nicht. Kleinvogel. Es ist meist in Wäldern anzutreffen. Es ist ruhig und verjagt seine Feinde, indem es Sand aufwirbelt. Kennen wir schon. Möchtest du Taupsi einen Spitznamen geben? Ja. Okay. Okay. Und der nächste heißt bei uns... No... Zack. Wenn ich das jetzt richtig schreibe... Ah, kann man eigentlich komplett falsch schreiben, ne? No Leaf. No Leaf! Herzlich willkommen im Team als Taupsi. Zugegeben, nicht das Beste, was man haben könnte, aber es ist zumindest nicht. So. Äh, ich kann eigentlich kurz mal gucken. Ich weiß... Falls der Jäger jetzt wirklich drankommt und ich mir nicht sicher bin, ist das ein bisschen doof. Ähm, ich werde mal ganz kurz in die Beschreibung von Pokémon gucken. Da hat ja Nugget fleißig alle gestorbenen Pokémon reingeschrieben. Das sind Fehler. Okay. Ähm, der... Ja, der Jäger. Der war ein Maskenregen. Der war ein Maskenregen. Okay. Das heißt... Ups. Der Jäger, ich muss dich aus der List hinführen. Und somit haben wir noch insgesamt 24 Leute, die ein Pokémon sein wollen. Und da haben wir den letzten Kandidaten für dieses Mal. Es werden definitiv noch Pokémon sterben. Macht euch keine Sorgen. Ach Gott. Es werden hundertprozentig Pokémon sterben. Eieieieiei, das ist jetzt nicht gut. Du kriegst von mir einen Luxusball, weil du ja ziemlich viele Münzen hast. Ein Mautzi. Habe ich aber damals tatsächlich sehr, sehr gerne im Team gehabt. Weiß nicht wieso. Vielleicht, weil es mir Geld gegeben hat. Vielleicht, weil ich schon immer geldgierig und dachte mir, Mautzi, gib mir Geld. Yo, nice. So. Gut. Damit haben wir nochmal drei verkackte Pokémon hinter uns. Na gut, verkackt sind sie jetzt nicht. Aber die sind jetzt nicht so geil. Sagen wir es mal. Nicht so rar. Nicht so, wo ich sagen würde, ja, das haut rein. Katze. Es liebt alles Glänzende. Es hat eine Vorliebe für Münzen, die es aufliest und unbemerkt hortet. Und dann einfach wegschmeißt. Und... Auch wir haben für dich einen Spitznamen. Und das ist der... Der Purkiller. Herzlich willkommen im Team Purkiller. Damit entferne ich dich auch aus der Liste. Off. Schon sind nicht mehr so... Ach, Enrax habe ich auch nicht gelöscht. Somit sind 22 Leute noch drin, ne? Viele bekannte Namen sehe ich hier noch. Oh, Maron ist auch noch drin. 21 Namen sind noch übrig. Purkiller, herzlich willkommen im Team als Mautzy. Ich werde sie natürlich jetzt trainieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit neuen Pokémon... Mit unseren neuen trainierten Pokémon. Und hoffentlich haben sie richtig gute Attacken drauf. Wenn ich dann... Ich... Haut rein, euer Seoh. Tschüss.